Es sind die traditionellen Spielideen, die sich gut verkaufen. Träume nämlich fürs Kinderzimmer. Märchenball zum Beispiel, ein Würfelspiel, in dem es darum geht, dass ein Prinz seine Prinzessin zum Tanz auswählt. Puppenkleider anziehen, eine Spielidee, die nie aus der Mode kommt. Willkommen in meinem Schloss. Eine leibhaftige Prinzessin steigt ins Spielzeuggeschäft ein, standesgemäß alles in Rosa. 70.000 Neuheiten werden in den kommenden Tagen mit großem Aufwand präsentiert für die Einkäufer der großen Warenhausketten und Einzelhändler aus der ganzen Welt. Spielen und Spielwaren, trotzen bisher jeder Wirtschaftsflaute. Der Markt ist eigentlich relativ unabhängig von der Konjunktur. Gespielt wird immer und Spielwaren werden immer gekauft. Wir haben auch in der wirtschaftlich schwierigen Situation 4% Wachstum in Deutschland gehabt. Ich gehe davon aus, dass wir auch dieses Jahr wieder ein Wachstum erzehren können. Im vergangenen Jahr haben die Bundesbürger pro Kind im Schnitt 250 Euro für Spielzeug ausgegeben. Jetzt könnten noch einmal 89 Euro dazukommen, wenn sich die Idee durchsetzt, ein Schmusetier nach einem Kinderbild individuell anfertigen zu lassen. Ein großer Trend der Spielwarenhersteller, Toys 3.0, kombinieren klassische Spielwaren mit Tablet-Computern oder Smartphones. Untertitelung des ZDF, 2020